Hallo Steffi, also heute machen wir die Open Breaks. Wir haben beschlossen Nummer 33 und dieser Burgunder rote noch als Strähne dazu. Und dann sehen wir mal wie es aussieht. Sicher gut. Also du hast auch schöne Haare? Ja, viele Haare, genau. Okay, dann bis später. Ciao. Tschüss. So Steffi, jetzt haben wir mal geschafft. Ich zeig mal deine Haarfarbe. Es ist ganz wunderschön geworden. Und dir gefällt es hoffentlich auch. Super, wie immer. Ja. 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 Ja.